Ah, das ist ja eine junge Grasmügel sowieso. Ich habe ihn. Gäller. Und seine Krelln auch. Oh, die sind so wiesig. Ja, da ist eine kleine Grasmügel reingeflogen. Jetzt ziehen wir sie raus wieder. So, eine kleine Grasmügel. Dann wollen wir sie in den Nuss tragen. Streicheln, genau. Die Lara auch? Dann lassen wir ihn frei, gell? So, jetzt sitzen wir mal dahin, mal sehen. Ah, fliegt gleich weg. Guck mal, der kann schon super fliegen. So, jetzt kommen Sie auf die Flasche. Dann machen Sie auf den Nuss Code. Dann gehen Sie auf den Nuss. Dann gehen Sie auf den Nuss. Dann gehen Sie auf den Nuss. So, jetzt geht's die Flasche. Vielen Dank.